Also dieses Zurücknehmen und das Beobachten oder Laufenlassen und dann erst analysieren. Und deswegen haben wir das ja als Praxisbeispiel genommen, diese Team-Gesprächsstrukturen oder wie du es genannt hast, Strukturen von Meetings. Meeting-Strukturen. Und dann kommt man jetzt eine neue Führungskraft rein und sagt, ja, aber ich möchte jetzt jede Woche mit euch sprechen. Also dann wird das Team wahrscheinlich gleich randalieren in der zweiten Woche, weil es sich fragt, was ist da jetzt los, wieso müssen wir uns jede Woche austauschen. Ich möchte gerne arbeiten. Ich habe quasi einen Rahmen, den ich so kreativ auch befüllen möchte. Und dann kommt auf einmal die neue Führungskraft und möchte uns jede Woche sehen und gibt uns dann vielleicht nicht mal genug Vorarbeit, um vorzubereiten, was bei den Meetings passieren soll oder wie die Kommunikation laufen soll. Das heißt, da ist genau dieser Punkt von erstmal evaluieren. Ich muss erstmal die Strukturen erkennen, damit ich möglicherweise, wie die Jocko-Ampel, verstehe, ob ich etwas ändern muss. Also es kann ja auch sein, dass ich das irgendwie laufen lassen kann. Und weil das Stichwort One-on-One-Gespräch ja auch wieder gefallen ist. Das ist auch eben eine Sache, die haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber es ist tatsächlich ein unterschiedlich nutzbares Konzept. Und für junge Führungskräfte können One-on-One-Gespräche mehrere Funktionen haben, die vielleicht gerade am Anfang hilfreich sein können, weil ich die am Anfang vielleicht nutzen kann, um alle kennenzulernen. Und dann verändert sich aber dieses One-on-One-Gespräch von unserem klassischen, informellen, vom Mitarbeitenden aus geplanten Gespräch zu einem gezielten, die neue Führungskraft bekommt alle zwei Wochen am Anfang mit jeder Person mal eine Stunde und gibt vielleicht mal selber die Agenda vor, weil man möchte sich erkennen lernen. Und selbst da muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es dann noch immer um das Kennenlernen der Strukturen geht, auch dort müsste man als junge neue Führungskraft eher mit konkreten Feedbackfragen hineingehen. Das heißt, man kann nicht in diese ersten One-on-One-Gespräche, genauso wie nicht in diese Meetingstruktur, ich kann nicht hineingehen und den Mitarbeitenden sagen, übrigens das und das und das und das, diese vier Punkte erwarte ich von dir in den nächsten Wochen, sondern am Anfang muss man reingehen und fragen, wie arbeitest du gerne, wie kommunizierst du gerne, wie passiert die Zusammenarbeit in deinem kleinen Team, wie arbeitest du zusammen mit dem größeren Team, welche Informationen brauchst du von anderen und dann kann ich mir über das neue Team etwas zusammenbauen und durch diesen Schritt zurück kann ich später die Strategien wählen. Aber wieder, es ist, man muss sich zurücknehmen, es ist unheimlich schwierig, aber es geht erstmal um ein Kennenlernen, ich kann nicht sofort Dinge verändern.